Hier kommt ein neues Video, hier auf dem Kanal, mal alles, was wir sagen, ich sehe auf alle selekte Automaten, wo man das nächste Mal diese Wifi-Regel für 1,30€ und zahlt die Presse, diese mit der Maestro, so sahen und die Maestro kratzen, was er gerade nimmt auf jeden Fall, aber Maestro kann man schauen, das ist die Maestro, also ich meine die 37, gönne ich mir einfach weiter und das neue Schliebe, 34, oben, hier ist 34 Airport, und das Ding kommt drunter. Perfekt, es geht doch hier mit hier mit Weisung.